Mein Name ist Mike Regan. Mir gehört dieses Unternehmen. Ich möchte mit Ihnen über die Zukunft reden. Es ist abgestürzt. Hol den IT-Car. Sie haben mir heute den Arsch gerettet. Kommen Sie zu mir nach Haus und helfen Sie mir mit meiner Internetverbindung. Ed Porter, der IT-Typ, okay? Das ist unsere Tochter Caitlin. Hi. Ich war bei der NSA. Der NSA? Wissen Sie, dass die Smart Panels in Ihrem Haus eingebaute Kameras haben? Die habe ich deaktivieren lassen. Ich mag meine Privatsphäre. Viel Glück dabei. Guten Abend, Mike. Caitlin hat eine Einladung geschickt per SMS. Nur für Freunde der Familie. Schönen Abend noch. Wer war das? Niemand. Wir haben ein Problem. Wir wurden gehackt. Da will uns jemand fertig machen. Mike! Der smarte und erfolgreiche Unternehmer mit der perfekten Familie. Sie sind nicht der Herrscher des Universums, Mike. Ich habe heute eine E-Mail bekommen. Darin stand, ich hätte Brustkrebs. Das war sicher er. Haben Sie irgendwelche Beweise, dass er tatsächlich irgendwas getan hat? Wir werden ja sehen, wie cool du bist, wenn deine kleinen Flugzeuge vom Himmel fallen. Bis wir den Heck bereinigt haben, bleibt alles am Boden. Ändert alle Passwörter, Codes, sichert den Laden. Die Fotos, die du machst, alles, was du da rausschickst, kann man verwenden, um dich zu verletzen. Privatsphäre gibt's nicht mehr, Mike. Wir leben in einer ganz neuen Welt. Bring das in Ordnung. Das verspreche ich. Er hat ernsthafte psychische Probleme. Und er ist ein böser Mensch. Ich bring dich um, Porter. So einfach ist das.